Endlich Schluss mit der Zettelwirtschaft mit dem neuen Online-Portal MeinSBB. Für eine effektive Betriebsverwaltung ganz auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder zugeschnitten. Einfach, praktisch und kostenlos. Post vom Bauernbund kommt künftig übers Internet zu Ihnen. Sicher und schnell. Profitieren Sie außerdem von praktischen Diensten, wie zum Beispiel der elektronischen Fakturierung oder den Arbeiter- und Stundenmeldungen. Bald können Sie sogar Ihre Dokumente digital unterschreiben und müssen dafür nicht extra ins Bezirksbüro. Auf MeinSBB werden die Dokumente geordnet und gesetzeskonform digital archiviert. Somit müssen Sie nie mehr nach Zetteln suchen und es kann nichts verloren gehen. Egal wo Sie sind, Sie haben von überall aus Zugriff. Mit dem Computer oder der App auf Ihrem Tablet oder Smartphone. Das neue Online-Portal MeinSBB spart Ihnen Zeit, Kosten und auch die Fahrt ins Bezirksbüro. Einfach. Digital. Gut.